sehr geehrte damen und herren ich stelle hier eine klettermüsen bifrost vor mit der legendären event membran warum ich ein video über diese jacke mache weil ich sie für die beste jacke einer der besten jacken der welt einschätze weil ich halte nichts von dieses dünne leicht zeug also ich finde eine jacke sollte auch robust sein und manchmal kann so eine jacke lebensrettend sein wenn es wirklich um extreme situationen drauf kann und ankommt sprich warum ich diese jacke so gut finde ich finde die jacke ist wie ein panzer zwar wiegt die ein bisschen mehr als andere jacken auf dem markt aber diese jacke ich denke mal sie ist über zehn jahre alt die hat die legendäre event membran von klettermüsen die haben die leider jetzt aus dem programm rausgenommen und haben die durch die karten stretch ersetzt ja man hört dass auch die jacke ist jetzt nicht zum jagen gehen oder sonst wirklich für extreme bedingungen sprich mit rucksack die hat hier auch die verstärkungen für den rucksack die hätten sehr guten kragen was ich finde also ein sehr hochgezogenen kragen die mütze ist auch sehr sehr gut man kann die hinten noch verstellen also man hat einen rundum blick sprich die die ärmel schließen auch sehr gut ab man kann jetzt ziemlich gut fest schnüren nach seinen bedürfnissen unten genauso wie gesagt ist sehr gut verarbeitet sehr gut getaped ist in drei lagen jacke ja natürlich hat die auch hier die belüftungen also ich nutze diese jacke hauptsächlich zum fahrrad fahren bei extremen bedingungen also ich habe da wirklich nur merino 200 longsleeve drunter und noch mal merino 200 t shirt und das war's ich kombiniere die jacke gerne bei kälteren witterungsverhältnissen mit mit ein merino pulli ja die jack ist hier noch einmal einstellbar von innen die hat eine sehr gute tasche und in dieser tasche also eine seiten tasche jeweils und einmal innen eine tasche einmal innen hat man eine notpfeife also ich weiß nicht ob man die gebrauchen kann gott sein habe ich schon die gebraucht sie hat noch mal einen klettverschluss oben einstellbare für den kragen und hier noch mal ein knopf so auf der linken seite hat sie mal ein kompass gehabt oder auf der rechten seite der ist mir abgefallen oder ich habe den irgendwo verloren so ein reflektor hat hier nach hinten und wie gesagt für mich die beste jacke der welt ich habe davon noch eine magien auch in event membranen und noch eine bifrost mit karten stretch und ich habe das flackschiff noch die living die dauerne jacke mit wasserdichte oberfläche wenn euch das video gefallen hat einfach liken kommentiere ich gerne eure kommentare tschau